Sehr gut! Bester Mann! Plünder die Ärsche! Geiler Scheiß! Etikett, ich probier mal wie das funktioniert. Wie funktioniert das jetzt hier? Au! Mann! Was waren die da? Scheiße, was? Ich hab dich geboxt! Hier ist ein Fahrstuhl, soll ich dich hochkurbeln? Oder du nicht? Hier! Oh Gott, die Kuppel! Gibt Gas! Achso, der kommt erst mal runter! Da ist er! Oh! Gehen wir gleich! Ah shit! Was denn? Die kommt bloß... Zum Schuss mit dir! Na ja, wenn die gut platziert sind... Oh, ich höre eine Fliegenschlampe! Eine Fliegenschlampe! Ach nee, das ist so aufgewühlter! Oh, Raben! Raben! Ich schleich mich dran vorbei! Hm! Oh, da sind die Köder! Ein bisschen eh dahinter! Da sind die nächsten Raben! Fichter! Da ist so ein Fettsack! Wollen wir uns an dem vorbeischleichen? Ja! Der Fett ist ja blind! Oh, das ist ja blind! Oh, voll neu gelaufen! Da macht ein Lärm! Für drei! Weiße Fliegenschlampe! Warte! Die hat doch getrollt! Vorsicht! 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 Okay, cool! Wir haben den zweiten! Sehr gut! Bester Mann! Plündert die Ärsche! Geiler Scheiß! Ja! So wollen wir das sehen! Wir draußen nicht die andere Ratte! Was du irgendwo medikinieren kannst! Ich will den halben Hahn plündern! Ach stimmt! Plündert aber nicht! Er hat nichts! Nein, der hat nichts! Du kannst von diesem Jäger nichts plündern! Okay! Ja, bei den Jäger hat es wahrscheinlich nicht! Nein, nein! Das ist glaube ich egal! Der hat wahrscheinlich nichts dabei! Ich habe keine Ahnung! So! Jetzt müssen wir dahinter! Ja, warte mal kurz! Ich schau mal noch mal da drüben! Wie die Kette ist oder so! Ja, da müssen wir lang! Ich mache es mir schön Lärm! Warte, ich leier auf! Oder willst du leiern? Warte, ich schau! Warte mal, da ist die Tür! Ah, die ist zu! Ja, mach auf! Soll ich leiern? Du bist schon angeschlagen! Ja! Ja! Ich habe bloß noch einen gehalten! Deswegen brauche ich jetzt irgendwie die Kette! Warte, ich kann ja mal versuchen, dich zu heilen! Ja, nein! Das wollte ich mal aufsparen! Weil jetzt ist ja gerade keiner da! Okay! Deswegen dachte ich, wir schauen erst mal... Ah, Munition hier! Sehr gut! Es doof ist bloß! Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit dem Heilen! Das hattest du ja letztens schon versucht! Ja! Das hat irgendwie nicht geklappt! Oh, ich höre ein wildes Geschießer! So! Äh! Ne! Kann doch nicht sein, dass es hier nirgends so ein Medikit ist! Ja, das ist ein Saftladen! Wo müssen wir hin? Munition! Wir müssen hier hinten raus! Warte, ich guck mal, was ich dabei habe! Medikit! Ich probiere mal, wie das funktioniert! Wie funktioniert das jetzt hier? Au! Mann! Was? Was waren die jetzt? Scheiße! Was? Ich? Ich habe dich geboxt! Achso! Es funktioniert irgendwie nicht! Ich weiß es nicht! Äh, Munikistik! Medikit! Wo? Äh, frag ich bloß! Was? Munition ist voll! Scheiße! Was? 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 Ja, was hilft nicht? Ich muss mir schnell mal Medikit machen! Blöde ist bloß! Ich habe einen langen Balken und zwei kurzen Balken! Okay! Ah, cool! Wir müssen uns beide kurzen voll machen! Wir müssen runter ins Wasser! Wir laufen genau in Richtung Schüsse, oder? Was ist da hinten? Warte, guck mal, ob wir noch ein Medikit finden! Saftladen! Ah, nix drin? Nee! Soll ich gar nicht! Solche Drecksbuden! Ja, ich bin eh fast voll jetzt! Ich bin eh fast voll jetzt! 2 Drittel habe ich! Okay! Ich gehe mal da außen rum, oder? Weil links ist, oder rechts ist da nicht rum! Ja! Und dann können wir dann von da aus eh gleich nach links gehen, oder? Da ballern sie links von uns! Letztlich! Oh, an die Stelle habe ich schlechte Erinnerungen! Ah ja, das war auch eine Lagen, ja! Da hätte man es wirklich fast geschafft gehabt! Ja! Okay, da! Ja, hab's gut gesehen! Ich bin je- Nein, dein Rufe! Ich bin der Fokus! Und ich bin der Fokus! Ich bin der Fokus! Ich bin der Fokus! Die flieger! Ich bin der Fokus! da oben eine fliegelschlampe die zuckt nicht mehr ich renne hoch scheiße ich bin jetzt nur so von fett aber hier unten war es auch nicht so schön munition wieder nirgends midi pack ne die geizen wir haben es mit geiz helfen zu tun nirgends hier ist ein fahrstuhl soll ich nicht hochkurbeln oder du mich hier die koppel die gas ach so der kommt erst mal runter wir haben gespiegelt jetzt ich wüsste wo hier dann die andere seite die öffnung ist so warte jetzt kann ich dich hochkurbeln warte ich bin noch nicht drin jetzt ja die kurbel macht euch was von allein so hast du mir vom fahrstuhl erschlagen shit was ist da los hä was macht die scheiß kurbel der war schon unten und du hast mir da auf den kopf geschmissen scheiße wie komm ich jetzt wieder runter fahr du drecks fahrstuhl mist fuck das ist jetzt ein schlechter scherz man scheiße wie komm ich jetzt wieder runter ja ja von draußen wahrscheinlich ne das geht nicht Mist du musst da rein wo wir vorher rein sind ey wir sind unter dem gesamten hof durchgerannt nichts ja da ist falsch ne wir sind doch hier hinten bei dem ticken hier unten zuhör doch wir benutzen keine Fahrstühle mehr die sind zu gefährlich da vorne war ein Metipack ne da vorne war ja ein Metipack das hab ich ja schon genommen gehabt vorhin achso naja dann können wir auch vorne raus irgendwo ich höre gebellen ich höre gebellen ja 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 hier ist auch was zwei zwei schlampen wir sammeln sehr verkehrt da müssen wir in die andere Richtung da müssen wir zuhören ok sehr gut dann steche ich den dort ab da sind die zwei dicken müssen die müssen die Richtung ja der Ränder Petsack vorbei ja ja na klar so noch so nicht gestaltet Wo ist es? Oh, hier wird geschossen. Vorsicht. Und durchs Wasser. Ah, ist schon auf dem Weg. Nein, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich nur geschaut, ob da irgendwas ist. Oh, zum Beispiel rüber. Vorwärts. Aber so einen Wassertöfel machen wir nicht mit dem Teil laufen. Nein. Hier ist noch ein Medipack. Falls wir nachher brauchen. Oh. Wo ist das nächste? Ja, unter uns irgendwie. Oh. Schüsse kommen näher. Wo bist du hin? Ja, hier rüber. Tschüssi. Ah, ich sehe dich. Oh, wir sind da. Da ist unter uns. Was ist da vorne reingang, haben wir noch? Ja. Bitte leid, oder? Täuschen mich jetzt. Warte mal, das ist die scheiß Kirche. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ja, da vorne. Und dann müssen wir dann rechts rein. Neben der Tür ist dann so eine Treppe. Ja. Wenn das die Kirche ist. Aber ich denke schon. Du hast es zu, oder? die sind schon reaktiviert unter uns ist der Ticke Scheiße, das ist wieder diese Dreckskirche, wo ich nicht weiß, wo wir rinder kommen das war draußen, wo müssen wir raus Was ist das? Leuchtfockel Das war doch hier, war das hier in diesen komischen Gräbern irgendwie Hier geht es runter Ah, ok Ja, die sind so fleißig am Mitzel mit ihm Das wird ihre letzte Aktion sein Ah, ok Scheiße, die Tür Na ja, jetzt warten wir, bis die mit dem Ballern wiederzufangen und dann schleichen wir uns ein und dann warten wir ab, bis es killt Dann machen wir uns blockt Psst Ok, soll ich? Hier rechts runter Ihr Lichter Nein Warum schießt er nicht? Ob ein Ok Du bist der zweite Vielleicht war er allein Da ist er Ok, sehr schönes Ding Ok, hol er Hast du? Achso, ne, steht ja da, wenn das soweit ist Ok So, pass auf Jetzt hole ich Oh Oh Haben wir ein Stückchen Wo wollen wir raus? Ja, da in die Richtung muss man Hier Hier Ja, wo wir jetzt gerade hingucken Schau mal auf Karte 270 Oh ja, shit Das ist weit Ich sehe aber hier jetzt keine So, ich leire auf Was ist du? Schön Kannst du Lücken Munition. Da muss man um. Versuchst du vor uns keinen? hat mich der mistkäfer doch noch alles ja das sind gut richtige richtung ja aber scheißen weg weit ja wir müssen rechts ich glaube es ist keiner da aber sicher ist sicher ja auch durchs wasser will ich eigentlich jetzt so ungern stückchen vor mir gehen wir ja schräg rechts wir können geradeaus und dann gibt es ja auch nicht mal eine brücke oder so was die straße dort bist du ja komm so ist es wirklich mit oder jetzt rechts rüber ja der speckkäfer ist das so wassermolch kommen ja das ist ja am strand lang da ist noch so ein wasservieh wenn dann warten die bestimmt am ausgang zu fett ich komme nicht durch hast du noch sicht vier sekunden und ich habe noch acht ich habe gerade gepumpt vor uns ist nichts dann stehe ich ab da bringt gut punkte ist das seines boot willst du gleich das wasser Da ist doch die Brücke da. Ich habe nichts gesehen. Ich denke mir, dass wir die letzten zwei sind. Denke ich auch. Wo ist die Scheiße? Ah, die Karte. Ah, da ist sie. Hast du das? Ja. Keine Frage. Hast du schon einen Blick riskiert? Ja. Nix. Oh, das gibt jetzt mündemäßig Punkte. Ah, endlich Manu. Wir haben es mal wieder geschafft. GZ. GZ. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, da dürfte ich massiv enden. Aber das Ding ist genial, das Gewehr. Und Wanschat, der erste, den wir wohnen wollen, und der zweite, den haben wir bloß gestriffen und am zweiten Mal voll erwischt. Ja, den ersten habe ich schon eine verpasst. Oh, dann hat er nicht mal geschossen. Dann wollte der Schlag. Ich denke, was geht denn jetzt ab? Alter. Das waren Anfänger, also die waren nicht besonders gut. Also theoretisch sind wir mit guter Haut davon gekommen. Boah, 450 Dollar, Miner. Die Gasse klingelt. Er levelt auf. Gary. Boah, schütte die Jäger. Was, auch nur neun Level? Hm. Ja, Level 10 bin ich jetzt. Ja, ich bin kurz vor Level 10. Ja, ja, also, äh, nicht genau.